Ein kleines Statement von mir, ich will das so einmal für alle klarstellen. Ein für alle Mal, nein, ich bin nicht mit Phoebe zusammen und ich finde die Kommentare auch sehr, sehr frech. Hier habt ihr es gehört, aber dafür habe ich jemand anderes an meiner Seite. Schatz, kommst du? Mhm. Das ist mein Boy. Daddy chill.